Eine lebendige Postkarte. Die erste Ansichtskarte, mit der man fernsehen kann. Ideal als Grußkarte, Geschenk oder Souvenir. Leipzig, eine Stadt, die sich die Freiheit nimmt, so viele Gesichter zu zeigen. Willkommen zu Ihrer Live-Entdeckungstour, demnächst in einer Metropole, die vor allem ein Etikett verdient hat. Sehens- und erlebenswert. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Vielen Dank.